Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem langersehnten Video. Und zwar war ich jetzt ziemlich, ziemlich lang weg eigentlich. Und ja, ich wollte mir nur kurz sagen, ich bin wieder da. Ich habe jetzt wieder mal Bock auf Videos machen gehabt. Ich habe jetzt lange Zeit keine Lust drauf gehabt. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, ist mir wieder der Zeit, mache ich mal wieder was. Ich habe auch ziemlich viele Sachen, die ich aufgebraucht habe. Deswegen könnt ihr mal raten, was mein nächstes Video wird. Und ja, ich wollte nur mal kurz Bescheid geben, dass es mich jetzt wieder gibt, quasi auf der Leinwand. Auf der großen YouTube-Leinwand. Na, Spaß. Ich werde jetzt wieder schauen, dass ich öfter Videos mache. Und ich bedanke mich für alle, die dabei blieben sind und für die Bar, was die zukommen sind. Ich habe mir gedacht, ich sage auch mal kurz, was sich verändert hat in der letzten Zeit bei mir. Ich glaube, es ist jetzt 10 Monate her, dass ich das letzte Video gemacht habe oder so. Ja, kann man aufgrund jetzt sagen, ein Jahr ungefähr. Und hat sich ein bisschen was geändert bei mir. Ich bin umgezogen. Ich wohne jetzt in der Kirche, nicht mehr in wieder Neustadt. Und ja, das war eigentlich auch die größte Veränderung. Ich bin jetzt auch nicht mehr mit meinem damaligen Freund zusammen. Und ja, ich fühle mich wohl. Es geht mir gut. Und ja, jetzt habe ich auch wieder Bock zum Videos machen. Habe auch ein paar Ideen. Und ja, lasst dich überraschen. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020